ja schönen guten abend ich muss dazu sagen dass es so ziemlich genau 35 jahre her dass ich das letzte mal vom publikum ausgetreten bin noch ein bisschen nervös muss ich ganz ehrlich sagen ich erinnere mich auch wenn es so lange her ist dieses konzert sehr sehr genau weil ich habe dann nicht allein auf der bühne gestanden sondern mit einer band zusammen und das war eine punk band genannt uns dort ist unser motto war das haben wir noch geschafft meine bezeichnung war shouter weil zusammen wollte mir das auch nicht nennen und ich erinnere mich auch deswegen an dieses konzert so genau weil das ist abgebrochen worden weil wir das publikum so in ekstase versetzt dass sie sich dauernd gehauen haben ich gehe mal davon aus dass das heute nicht passiert also erstens ich bin alleine hier zweitens ich spiele ein lied was kein punk song ist und insofern sollte die wahrscheinlichkeit relativ gering sein und das lieb was ich spiele damit ich mich einfach mal ein bisschen vorstellen ich bin ja so beliebt ich bin ein toller typ stimmt und dies ist mein lied ich trage ne jeans so eng dass sie klemmt so ein t-shirt und manchmal ein hemd auch ein gürtel mit ne schnalle dran und ne brille dass ich sehen kann ich bin der trend ich bin beliebt ich bin ein geiler typ ich bin ja so beliebt ich bin ein geiler typ ja 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 ich bin ein geiler typ alle lachen mich an alle lachen mich an ich bin der perfekte mann weil ich alles kann hör euch die story an bei alkohol bin ich diszipliniert ich bin ein geiler typ ich bin ein geiler typ ja 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 ich bin ja super ich bin der letzte meiner arm ich bin der letzte meiner arm und das macht mich so stark ich kenn die charts auswendig die top ten luf ich immer mit ich perform Gitarre denn ich bin ein ganzer mann weil ich von smoke on the water schon ihn anfangen kann ich bin ja das ist ja ich werde die stimmen einst da always laughed jetzt jedes roht ich bin der letzte der